will dass hier nichts mehr spawnt mache ich später alles anders also mache hier auch nochmals auf dem boden paar sachen damit hier wirklich so gut wie keine schatten mehr sind da kriegten schatten also hier dürfte jetzt wirklich nichts mehr spawn gut dann fangen wir mal an drin alles einzurechten denn da wir hier nämlich hinten auch mal zu machen einmal so wie haben wir denn was wir schauen dann machen wir machen wir hier quasi die die küche hin machen wir hier so eine ecke die öfen die öfen ok mal schauen ob wir trinken wir glaube ich nicht alles auf einmal mit natürlich nicht ganz kisten ok ich hoffe ich bin schnell genug und dass die sport jetzt nicht alles die giften kisten sind jetzt erstmal wichtig markieren also nicht wundern ich klatsch jetzt hier einfach alles mal rein damit sich das das also damit der draußen nicht respawn das werden nämlich sehr ärgerlich so ein paar sachen kann ich ja behalten so die ich glaube das wichtigste haben wir jetzt schon wieder so wie gesagt es wird später alles mal sortiert keine sorge es jetzt nur damit es erstmal untergebracht ist so jetzt haben wir hier draußen glaube ich alles eingesammelt das fackelchen machen wir denn hier hin dann mache ich hier auch zu guck mal wir haben hier sogar zwei zack so als wäre nie was gewesen so zack 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 so wenn man die kohle kann ich gleich rausnehmen da kann ich noch mal die öfen mit befeuern genau split auf und hier auch noch mal die andere hälfte rein das haben wir so ah ok alles anzeigen ok gut ist jetzt alles nur so ein bisschen notdürftig klar ich hätte ja auch gerne nochmal fenster oder hier so eine fensterecke oder so weißt du habe ich mache ich eigentlich immer ganz gerne aber hier muss auf jeden fall doch warte mal hier muss auf jeden fall ein fenster aus wie viel abstand zur wand ist denn hier 1 2 3 4 5 sind hier 1 2 3 4 5 heißt dass hier müsste das fenster beginnen nicht da so hier dann auch 1 2 3 4 5 das heißt hier siehst du hätten wir das lassen können die Bienen gut dann mal kurz gucken wo wir jetzt da haben wir das glas reingeschmissen sehr gut ich hoffe es ist das kommt hin das sieht nicht aus ich weiß nicht ich das gefällt mir nicht nee das gefällt mir nicht das gefällt mir noch nicht aber nichtsdestotrotz mache ich das jetzt erstmal die hacke verabschiedet sich auch gleich hier mache ich gleich wieder zu da kommt schon das nächste flugzeug rum so so gut besser aber es gefällt mir absolut nicht wie gesagt da werde ich noch da werden wir noch ich werde demnächst noch ein bisschen was machen ich werde mich mal noch so ein bisschen beraten lassen wollte ich gerade sagen nein ich werde da mal so ein bisschen kreativ werden demnächst ähm müssen wir mal schauen wo sind denn eigentlich die ganzen Fackeln hin verschwunden hä aber wieso stackt sich das nicht oh ok die lassen sich nur in Fünferweise stacken das ist irgendwo nicht ähm wo sind denn die Fackeln hin hä wir hatten doch wir hatten ach erst aber trotzdem wenig Fackeln sind echt wenig Fackeln geworden jetzt ok ich muss mich erstmal daran gewinnen dass es jetzt hier raus geht wir können oh warte 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 ich hab ne oh guck dir das mal die sonne geht auf schade dass das hier hinten nicht weiterlädt also ich hab auch schon mal achso das ist vom Glas alles klar ähm ich hab auch schon mal geguckt ähm mit einer höheren äh mit einer höheren äh mit einer höheren Chunk äh weite mit so äh naja also dass man weitergucken kann ähm aber irgendwie hat es da hinten nicht nachgeladen das finde ich ein bisschen schade weil hier hatten wir es ja auch Entschuldigung hier hatten wir es ja auf der Seite wenn wir hier so rein zoomen gut hier jetzt auch nicht aber vorhin hatten wir es ja hallo ein paar mal dass es denn nachlädt hallo diese Viecher ne macht mich nicht weich ähm ähm ja gut ähm mhm was wollte ich machen genau ich wollte ähm ich wollte Druckplatten machen lass mal gucken lass mal gucken wie war denn das da so ne ja machen wir eine hier hin und dann öffnet sich das hier automatisch aber nicht von außen sondern nur von innen zack gut dann brauchen wir noch einer zack ähm haben wir hier noch haben wir haben wir haben wir nö haben wir ist mir so tot jetzt aussehen echt jetzt ne hier ah hier haben wir noch Holz hier haben wir noch genügend Holz na gut ich hab mir auch überlegt ob wir hier ein bisschen was anderes machen ähm also das wird vielleicht nicht nur so kann ich hier bleiben das wird vielleicht nicht nur ähm stein ist oh nein das wollte ich nicht ne Stufe wollte ich nicht machen oder nur eine davon so ähm ähm dass wir hier halt so noch ein bisschen Holz mit einarbeiten und so fände ich eigentlich ne ganz coole Idee so jetzt muss ich aber mal warte mal warte mal ne dafür nehme ich Erde da ist mir das Holz zu bergen so oh Gott ich muss das alles sortieren oh ich hab keine Lust ich weiß nicht ich glaub das mach ich auch mal offline dass ich das hier raus sortiere mal überlegen wie wir machen das jetzt am blödesten am besten so doof hier ne wie ich das jetzt mache viel zu umständlich aber ist egal hä ist jetzt bin ich nicht gestorben warum das denn ging es sich nicht gut machen wir hier jetzt auch so ein bisschen Licht und so damit hier möglich in der Nacht nichts spawnt wir müssen uns auch ein paar neue Fackeln machen ne fällt mir grad auf Steinchen Spinnchen hey na du es schiebt mich ja los voran da hin fühl mich da hin schneller schneller fand er glaub ich nicht so geil wir sollten was essen ich mag spinnen also jetzt auch in RL möchte sie vielleicht nicht unbedingt in meiner Wohnung haben aber ja doch ich mag sie ja ja wo Perzikus du brauchst auch mal ein Namensschild so langsam ne so geht das hier überhaupt noch mit Namensschild achso die ist leer Spinnäugchen das wird lustig das wird lustig mit dem sortieren wir wollten uns doch eigentlich eine kuh jagen obwohl brauchen wir das eigentlich jetzt ja doch klar ein buch wollte ich machen das dem buch wollte ich dann wollte ich schon ob wir dann mit dem kompass später ein atlas machen können also ja wie ihr schon bemerkt hat ich habe hier die gebewegung ausgemacht nicht weil es mich stört oder so sondern auch performance technisch damit er nicht durch die durch diese kleine bewegung irgendwas hier einstürzt leute guckt mal kurz weg so viel panik in so einer dicken kuh so und guckt noch mal weg so jetzt könnt ihr wieder gucken alles gut da guck mal guck mal hier da der da der kuh geht's gut ich habe die so ein bisschen kräftig durch gebürstet hat sie ganz toll gefunden mit 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 der erde ich habe sie so ein bisschen abgeschrubbt das fand ich ganz toll deswegen hat sie so aufgeregt gemut habt da bestimmt gehört bin ich jetzt ein schlechter mensch ich glaube ja das ist mein wecker das heißt ich muss jetzt so langsam ich sollte so langsam aber ich will mich popertsikus macht was so moment ich brauche papier einmal papier es ist nur einmal papier ich wollte gerade sagen ach hier ist das papier hatte ich nicht mehr papier mir war ja popertsikus mir war als hätte ich mal mehr papier gehabt also nicht aus dem meer sondern ich lasse es ich sollte es lassen mit ihr mit diesen in anführungszeichen sprüchen ja gut dann gehen wir mal hier kurz rüber es kann auch sein dass wir mehr ich glaube wir hatten doch stimmt wir hatten glaube ich nur wir hatten doch nicht dann hatten wir doch mehr papier ich dachte wir hatten wir hatten eine karte und drei papier hier gelassen aber nein gut dann gucken wir mal ganz kurz jetzt haben wir diese abgebaut vielleicht ohne watt in der hand vier leder haben wir jetzt haben uns die kühl geschenkt weil wir sie so fleißig abgeschrubbt haben das das ist halt die alte haut die die wollten sie nicht mehr also die haben sich die haben sich geschält das war sowieso soweit die haben sich da also ich hab denen die alte die alte haut die alte leder runter geschubbert und jetzt fühlen sie sich halt wohler weißt du es ist halt eine riesen erleichterung ist wie halt bei schlangen und sowas alles ich meine die häuten sich auch und spinnen ich muss eigentlich in der nähe vom wasser bleiben da müsste doch zuckerrohr wachsen irgendwo ja gute frage ne was hast du eigentlich nichts dann eben nicht es war wasser und hundis aber und nasser sand aber kein kein zuckerrohr ich hoffe wir haben hier keinen treib sand wow ja würde ich dann auch sagen wow sag mal schweinchen wo kriegen wir das her wo finde ich jetzt zuckerrohr um papier zu machen wir müssten auch mal so langsam eine kleine farbe bauen bisschen was einpflanzen und so das ist nur hohes gras ich auch nicht gut muss ich dann demnächst mal schauen also wenn wir tinte brauchen haben wir hier hier schwimmt frische tinte alter ist so tief hier muss ich mal gucken cool cool also jetzt nicht so dass es so unglaublich tief ist aber ist schon cool ich glaube da waren ertrunken aber deswegen bin ich mal so ein bisschen schneller durchgeschwommen habe ich hier schwommen hallo nichts der oh er hat eisernstäbel aber vier ne ne das ist mir jetzt total guten tag der herr er hat papier 24 papier zu kriegen er ins markt ok wenn ich dir einst ein papier gebe und ein leder nein ok fleisch nicht ja dann eben nicht wenn ich dir schon eine beschriftete karte gebe dann legst du halt fett dann würde ich sagen geht mal in deckung wir sind da alle rennen finde ich lustig ähm wir haben hier echt kein zuckerrohr finde ich nicht gut muss ich ganz ehrlich sagen das müssen wir ändern ja au vielleicht hätte ich nicht springen sollen panik ähm ich guck hier nochmal so ein bisschen am rand da hinten nein das sind saplings hier haben wir fahren glaube ich ne ich glaube das war fahren fahren wieder frische tinte alles klar ich meine das eigentlich ganz cool war ja also mit den geräuschen besonders hier oben bei unserer behausung weil es soll ja so ein altes schloss sein kann ja auch ruhig ein bisschen gruselig sein da finde ich die geräusche schon ganz cool also jetzt gucke ich nochmal wie das hier oben aussieht sieht eigentlich ganz gut aus ne so das spinnchen und so hier vielleicht nicht unbedingt spawnen so bevor wir gleich schluss machen ja wir machen gleich schluss es tut mir leid ähm oder wahrscheinlich werdet ihr sagen auch gott sei dank äh werde ich nochmal ein paar fackeln schnell kreieren so haben wir wieder ein paar auf der tasche so gut ja ich geh jetzt mal nicht raus ist mir irgendwie sicherer ich weiß gar nicht warum dann würde ich sagen verabschiede ich mich hier wo war das? hier war das gut dann ähm erstmal hier für den ersten Eindruck ich hoffe es hat euch Spaß gemacht und ich danke euch dass ihr euch das angetan habt und ähm ja wir werden halt schauen dass wir hier ja doch dass wir uns also klar das zitiert sie alles noch so ein bisschen ne alles Chaos und so die Kisten und alles ist alles noch so unsortiert und chaotisch aber ich werde schauen Entschuldigung das mach ich jetzt gleich das kann dann schon mal durchdudeln ähm werde ich schauen dass ich das hier dass ich ein bisschen Ordnung reinkriege vielleicht äh trenne ich auch ein paar Räume mal ab und so stimmt ja ich kann ja ich kann ja ich kann ja hier so Küchenzeile und so machen ja stimmt 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 das kann ich machen ja ne ähm aber ich hoffe es hat euch trotzdem Spaß gemacht auch wenn wir jetzt äh viele unterwegs waren ich meine wir waren auch fast gestorben und so immerhin nicht bisschen Spannung war ja schon mit drin würde ich jetzt mal behaupten und ähm jetzt muss ich noch mal gucken irgendwas wollte ich doch noch wollte ich nicht noch irgendwas ganz dringendes machen bevor ich das vergesse ach ja Papier wollten wir glaube ich noch warte mal Moment bevor ich mich jetzt wirklich richtig verabschiede ich muss jetzt wirklich noch mal gucken hab ich hier wirklich kein Papier erfahren haben wir ansonsten guck ich gleich noch mal was wir für Papier brauchen weil das fuchst mich echt ja ich weiß wir haben gesagt okay eine Karte behalten wir haben wir war so wie als hätten wir drei Papier gehabt oder mehr Papier das muss tatsächlich verloren gegangen sein oder ich bin doof ähm heilgrauer Farbstoff ne äh lass mal gucken ob wir hier irgendwo Papier haben Papier 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 Uh Gemälde Was sind das? Achso schwarzes Holzschutz okay Webstuhl Uh cool ein Webstuhl Fermentiertes Spinnenauge Okay Für was auch immer das gut ist Lederrüstung für Pferdchen Wir wollten uns noch einen Pferd holen genau Aber wir brauchen ja dafür auch erstmal Weizen Knauermehl Haben wir hier nicht Papier irgendwo? Buch Papier Aber Können wir nicht Können wir nicht einfach gucken was wir jetzt hier für Papier brauchen Verdammt Wird nicht so weh nach der Jugend Ähm Ja keine Ahnung Ne Okay dann ähm Für Papier brauchen Quatsch Äh für Papier weiß ich doch was wir brauchen Ich bin echt durch ne Merkt man bestimmt Gut okay Jetzt aber wirklich Also vielen Dank fürs Zuschauen Und äh ich hoffe ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder dabei Also bis dann Macht's gut Ciao ciao